Ah! Brauchen wir viel mehr. Warte, ich hole noch schnell Nachschube an dem Konkret. Dann hätten wir das nämlich auch erledigt. Auf der Minikarte schaut das so geil aus, die Straßen. So, Konkret. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ne, acht Stacks sollten reichen. Dann brauchen wir den Chisel-Nizzle. Aber schaut wirklich geil aus. Schon geil. Chil einmal vor die Straße, geht einmal weiter. Das ist keine Stücke. Das haben wir ja vor, ne? Ich sag dir ehrlich, wir sollten einmal den Augenmerk nur auf das hier legen. Möchtest du die Straße verlegen? Ja. Ja, jetzt... Bisschen Stadt will ich auch haben. Ja, aber auch ein bisschen offline und ein bisschen Straße verlegen, weil es täte. Also haben wir halt, weiß ich nicht, 200 Blöcke, 300 Blöcke in die eine, 200 Blöcke in die andere und sowas. Ja, dafür müsste ich, dafür müsste ich wissen, wo man dieses Konkret herbekommt. Ich hab nämlich keine Ahnung, wo ich das, wo wir das herbekommen haben. Ich mein, wo wir das herbekommen haben, ist mir schon klar. Das haben wir von der Query herbekommen, ne? Warte, da hast du... Warte, da hast du noch eines. Wo wir das herbekommen, ist mir schon klar, von der Query. Aber dann wird es wahrscheinlich im Untergrund irgendwo sein. Da wird es wahrscheinlich so ein, so ein wie Basalt oder sowas einfach sein. Nur halt ein bisschen im Untergrund. Nehm ich jetzt einmal an. Weil ich sage einmal, der schaut wirklich leiband aus, weißt? Dieser Block. Der schaut wirklich wie Asphalt aus. Die gucken, was ich ja nicht. Die schauen mal runter, was ich ja nicht, wo es so angeht oder weiß. Die sehen, wie ich sehe. Ja, ich muss... Nein! Ich liebe es. Ja, ich bin ja. Na, geh Dingspumst. Geh mit, 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 mit Sounds. Okay. So. Ich müsste halt wissen, welcher, welcher Stein das als erster ist, ne? Chisel. Ah, konkret. Der heißt so. So wie du es das da jetzt siehst. Der heißt so. Ja. Ist aber sehr leicht erbökelnd. Ja, den tust du ja quasi nur mit, 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 äh, mit dem Chisel quasi umändern, ne? So, den Rest kannst du mir geben, bitte, wenn du willst. Warte, lassen wir eins. Okay. So, und ich muss da jetzt, äh, verlegen. Steinstufen brauchen wir, und ja. Hä, wieso Schütterstein stufen? Okay. Keine Ahnung. Di, da, 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 di, da. So. Gut, dann gebe ich den da rein, wieder den Kies, Pflastersteinchen, und den Chisel gebe ich da rein. Pflasterstein, nein, äh, wie heißt denn der, Kopfstein, na, ähm, 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 Stein, Steinziegeln, das ist das, was ich gesucht habe, das Wort. Steinsiegel, Steinziegel, 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 und dann brauche ich, okay, das muss ich mal craften. Nehmen wir drei Stacks, zack. Ah, ich weiß schon. Wo ist denn, was der Leuchtturm kriegt? Den können wir ewig und noch drei Tage herstellen. Wirklich? Hm. Geil. Warum, wie kriegt man den? Weil das fällt, weißt du, der Konkret selber, der Graue. Ja. Ja. Das ist ja durch einen Trick, ne? Okay. Und wie? Den haben wir durch die Glasherstellung bekommen. Durch die Glasherstellung? Ja, du jagst ja Sand. Äh, na, eigentlich dadurch mal aus Steinen, ähm, aus Cobblestone haben wir ja Glas gemacht, ne? Ja. So, Cobblestone wird zu Sand. Ja. Und zum Prozentsatz wird, äh, 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 wie heißt's jetzt? Concrete. Nein. Gravel. Ah, ja, Gravel, ja, Gravel. Gravel durch den Ofen gejagt ist Konzerte. Ja. Ah. Wie geil, Gravel haben wir eh so viel. Mhm. Das ist gut. Ich hab alles Gravel aufgehoben, weil ich hab mal jetzt das Grund, den Grund gesucht, nicht den schwarzen, sondern den grauen. Äh. Okay. Dann ist er mir irgendwie bekannt vorgekommen, dann hab ich nachgeschaut, äh, auf Airman's, drauf schaust und mit der Maus drüber drückst und er drückst. Ja. Siehst ja, ein Gravel, ein Mimichita sind zwei Konzerte. Okay. Oder wenn's durchs Melting, oder... Redstone fuhr das Alloy Smelter. Okay. Das heißt, wir kriegen das eigentlich unendlich her. Na, passt. Dann brauchen wir keine Sorgen, dann brauchen wir keine Sorgen machen. Das heißt... Dann werden wir fast 100k... Gravel, glaub ich, oder so. Dann brauchen wir keine Sorgen machen, Schatzl. Das heißt, Autobahn Ahoi. Ja. Ahoi. Fünffspurig, ne? Ah, sechsspurig. Na, das machen wir erstmal bei der Stadt so. Na, das ist richtig, ey. Schaut einmal schon gut aus. Okay. So... Irgendwie hab ich überhaupt keine Lust alleine da unten zu bauen. Ich glaub's da. Das ist so zart. Warte mal, warte mal, warte mal. Dann muss ich weiter. Ich überleg mal, ob ich die Maschinen schon mal verlegen soll. Kannst du auch da, weil... Weil im Prinzip die Mauer, wie wir wissen ja sowieso, dass die Mauer einmal abgeschlagen wird. Äh. Und dann was Neues drauf, ne? So, meine Freunde. Und das hier ist quasi ein Teilchen... Ja, von... der Straße, die hier durchführen wird. Okay, warte kurz einmal. Aber ne Schablone, so mit Pfeilen, gibt's nicht, gell? Was ich gesehen hab, nein. Schablone... Oh ja! Pfeilspitzen... Eine Pfeilspitzen-Schablone. Aber da kannst du... Die kannst du wieder nicht... Das ist ja wieder nur so ne Holzschablone. Die kannst du ja nicht da drauflegen auf dem Asphalt. Leider. Ja, egal. Scheiß drauf. Warte, wir sind durch den Servicetunnel gegangen, oder? Wo? Ich muss da was nachschauen. Wir haben ja da einen eigenen Servicetunnel gemacht, da nach hinten, ne? Ja. Da runter. Dann da um die Ecke. So, ja. Da ist ein Skelett. Das brauchen wir da wohl alles nicht. Das brauchen wir nicht da. Das ist auch noch ein Skelett, was ist da? Was ich brauche, sind Bäumchen. Eichensetzlinge. Und weil's so schön ist, nehmen wir das auch weg. Wo ist denn? Haben wir einen Zaun? Ja. 28. Sehe ich. Okay. Das ist nur die Frage, aber es schaut besser aus. Ein Gitter oder ein Zaun? Was würdest du eher hingehen? Ein Eisengitter oder ein Zaun? Genau. Habe ich jetzt überfragt. So, ja. Wo ist denn der Eisengitter? Jetzt gehen wir mal schlafen, schlafen. Draußen ist es schon wieder ziemlich finster, würde ich sagen. So, da guten Morgen Sonnenschein. Eisen. 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 57k Eisen. Ich glaube, der Bäumarkasus kann ich so machen. So. Und so. Zack. Der lieber René übertreibt einmal wieder. Aber das hilft mir ja jetzt da. Wir haben ja so viele Materialien. Hahaha. So, da. Bao. Hm. 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 So, jetzt ist es ein Problem. Kannst du mir mal einen Gefallen tun, Gernot? Hallo? Ja? Kannst du mir mal was raussuchen aus dem Internet? Weil ich kann dir da leider nicht aus dem Vollbild raus. Weil ich hier aufnehme. Wo ist denn? Kannst du mal bei der ÖBB schauen? Und zwar von Handelskai. Oh, das geht so. Ja, ja. ÖBB. Weiß ich bitte. Ja, von... ...von Handelskai Bahnhof. Wien-Handelskai Bahnstation U, oder? Ja, ist wurscht. Wien-Handelskai. Nach Stockerau. Nach Stockerau, ja. Uhrzeit 21.30 Uhr. Heute... Abfahrt. Abfahrt 21.30 Uhr. Verbindung suchen, oder? Ja, Verbindung suchen. So, dann gucken wir mal meine Zuschauer. Jetzt sind wir gleich ein bisschen dran. Standbild. So, ja. Zeit 21.40 Uhr. 21.40 Uhr. Sagst du mir dann die nächste? 22.10 Uhr. 22.10 Uhr. Ja. Und 22.40 Uhr. 22.40 Uhr. Und die nächste? Gibt's nichts? Oh ja, da musst du dann... Oben ist spätere Fahrt, oder sowas. Mittig ist es circa. Später. Nein, ich kann's dir sagen, jede 30 Minuten... 23.10. Genau, jede 30 Minuten. 23.10. Und die nächste wäre 23.40, ne? Nein, 23.22. 23.22? Ja. Okay. Und 0.10 Uhr. 0.10 Uhr. 0.10 Uhr. Perfekt, danke dir. Gerne. Ja, na, lieber Zuschauer, nicht wundern, meine Freundin, die ist gerade in Wien. Wir wohnen aber in Stockraue, Niederösterreich und darum hat sie jetzt gefragt, wie die Züge fahren. Weil ich habe nämlich gesagt, dass spätestens um 0 Uhr irgendwas fährt der Letzter von Handelsgeweck zu uns. Und dann sitzt sie im Trockenen. Ja, so schlimm ist auch nicht, weil dann der das auch will mit dem Auto, aber trotzdem. Und darum, wie gesagt, haben wir jetzt die Uhrzeiten da raus. Und ich kann da leider nicht aus dem Vollbildmodus raus. Wer jetzt sonst schreibt, ihr Frips. Eee, 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 eee. So, äh, Stein. So, jetzt muss ich das trotzdem noch einmal. So, einmal das hier und einmal das hier. Und dann machen wir eins. Ich habe keinen Plan, wie ich das jetzt machen soll. Ich mache das später. Drei, vier. War es unten? Ja, wenn es sein soll, machen wir es offscreen gerne. Ich habe dabei keinen Plan, wie ich das gescheitesten machen soll. Ich habe eh den Zuschauer gesagt. Wie gesagt, also wir werden das jetzt sicherlich nicht dauernd onscreen machen, weil ich will ja was bieten können. So, da werden wir das weggegeben, den Kies. Den brauchen wir da nicht. Den lassen wir ab da, aber da nicht. So, das heißt, ich habe jetzt einmal hier. Machen wir da mal eins, zwei, drei. Das Ganze machen wir da, oder? So, und hier habe ich eine Viererbreite. Eins, zwei, drei, vier. Jawohl, hier habe ich sogar eine Viererbreite. Tja, dann würde ich mal sagen. Dann mache ich das hier so rund um Atom. Dann mache ich das so. Das war nur eine verdammte Query. Mh, ist schon ein Wahnsinn, irgendwie, wenn du das so denkst. Eine Query, 104 K, what the fuck? Ja, na, wenn du das so denkst, ist eigentlich schon ein Wahnsinn, eigentlich. Wieso? Ja, ich habe das so. Hä? Wieso? Warte, eins, zwei und dann kommt das hier. Aber rechne mal, wie lange die Query gebraucht hat. ja ich habe ich wie viel material in diesen wahnsinn wenn ich das was wir dazu angeregt haben das meine ich jetzt da ein steller vor noch einmal so noch einmal so viel wenn man noch mal die kürbe aufstellen und wenn ich wirklich mal acht machen oder da müssen wir eigentlich selber raumbau das gebäude ist hier fast fertig schweine landet ad schweine ist gut unser schwein unser einziges schwein das mal so gut dann gebe ich die bäume der welt weg weil die bäume interessieren mich derweil nicht 1 2 das heißt hier ach so wir haben ja unsere super hyper geile schaufel warum mache ich das nicht nur mit der schaufel ich weiß nicht ich bin so beppert und mir ist gewöhnen für die schaufel haben weißt erst die baut sogar kieser ab wie geil ist denn das ich weiß tack so so Sooo, da. Nein, stopp, stopp, stopp. Falsch, falsch. Da muss ich noch eins, eins reinbauen. Über die ganze, was ich am g'scheitesten machen könnte. Überlegst, was du am g'scheitesten machen könntest. Ja, wieso baust du denn jetzt die Maschinen schon unten? Ja, weil ich nicht weiß, wie ich die am g'scheitesten verlegen soll. Ich hab die Maschinenschale gebaut. Ich muss nur mehr verlegen, aber das ist halt... Ich kann planen, was ich jetzt mach. Ja, die Seitenwände hast, ja. Was, die Seitenwände hab ich, ja. Na, Seitenwände hast, ja. Du kannst ja berechnen, wo du die Bäume hinsetzt, etc. Und wie du dann die Maschinen hinbaust. Oder liegt's daran... Oder liegt's... Oder hapert's, weißt du die Seiten, wenn du noch nicht neu gemacht hast. Weißt... Weil... Weil... Keine Ahnung was. Na, ich muss einmal überlegen, wo... Ah, wo das sich das ganze treffen soll. Ne. Und... Das ist der Schauss bei der ganzen Sache. Ne, überleg. Und ich überleg eh schon die ganze Zeit dafür. Fall immer nix scheit sein. Nix. Was soll ich machen? Reiners Interesse. Hä? Wo fahrt der LKW eigentlich raus? Da hättest du irgendeinen Fehler, ne? Ja. Stimmt! Gehst du mal schlafen kurz? Mhm. Wie ich ihn wieder da wischt hab. Hast du Rechte, lieber Gernot? Ich bin halt gut im Fehlersuchen, aber nicht im... Gehst... Na, mir fällt selber das mehr auf. Irgendwie, wenn ich... Aber wenn ich selber was mach, fällt mir da nie was auf. Verstehst du, was ich mein? Ja. Und dadurch ich heute nicht wirklich vorbereitet war. Bei der letzten Folgen war ich ja vorbereitet, weil ich ja gewusst hab, was ich machen will. Ja. Aber du hast mich heute irgendwie kalt erwischt. Sehr geil sogar. Mhm. Holst du von der Dingsbums? Cheese. Oder was? Nein, von der... Von der... Ja. Von der ME den Concrete. Also den... den... schwarzen. Hast du scheiß Concrete oder was? Ja, ich hab ein bisschen was in Dingsbums reingeben. 85. Ja, ist recht. Oder mach ein bisschen mehr noch, keine Ahnung. Wolle haben wir keine mehr, oder? Äh, äh. Das ist prinzipiell Wolle. Brauch ich da eh nicht. Ganz ruhig nicht. flohvon muss. Da können wir eigentlich mit unserer... Schaufel das machen. Und wo willst du das verlegt haben? Da gleich? So anschließend oder was? Ja, genau. Ist ja im Privatweg, da brauche ich keine... keine Wolle. Oder hat das mit Wolle gut ausschauen? Ah, scheiß drauf, da brauche ich Wolle. Das kannst du dann raus stemmen. Ja, ja. Ich verleg's jetzt auf meine Wolle. Huch! Achso, warte mal die Wolle. Brauche ich ja eigentlich nur bis da hier. Dann mach ich da die Wolle. Vier. Warte doch nicht. Da kommt Wolle her. Ja, ich mir dachte, dafür bin ich auch so. Hm. Ähm. Da kannst du die Reihe, kannst du noch fertig machen. Die? Ja. Da kommt keiner hin. So. Da auch noch. Genau. Warte, kann ich dir das gleich geben wieder? Du brauchst sie. Na, ich brauch's nicht. Gibst das du in die EME rein? Ja. Warte, da hast du noch was vergessen. Kannst du uns so lieb sein und mir wolle Farmen. Kannst du's lieb sein, wenn ich auf den Herfing gehe. Wenn's dir nicht weißt, was du machen sollst. Ich bin ein Arbeiter. Ein Arbeiter, ein Arbeiter. Gehen Schranken gibt's nicht. So urgeil gewesen. Hm. Hoppeti, hoppotting, hoppotting. Wie geht die Schere noch einmal? Ist in der EME drinnen. Wie in der EME drinnen? Ich hab's in die EME reingeben. Die Schere. Die Schere, ja. Warum muss ich immer nur Wolle schneiden? Hm. Hmm. Äh. Hm. Machen wir da nochmal. Machen wir Tata. Machen wir Tata. Machen wir Tata. 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 Machen wir das da so, das da so, na stopp, 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 da ist es nicht, oh ja, da ist es schon. So, dann haben wir es einmal die Seite schön gemacht, dann müssen wir es auf der Seite noch schön gemacht. No bitte, und sieh auch schon. So, da. Nu bist du hier. Oh, da. Machen wir es da so. Machen wir da noch Erde rein. Machen wir da auch noch Erde. Dann kann ich den Weg eigentlich vergessen. Bitteschön. Ich danke dir recht herzlich. So, dann machen wir da Kies. Kies. Juhl. Kies. Juhl. Juhl. So, dann haben wir da den Parkplatz fertig, da kommt der LKW raus, so, dann gehen wir das Gitter da mal weg. Geht mal weg kurz. Huch! Achso, die haben ja da in dem Texture Pack noch kein Dingsbums, keine großen Pflanzen eingebaut. Aber hörst, dann dürfte der Strich da auch nicht sein, oder? Naja, eigentlich, oh ja, weil der markiert quasi, dass das jetzt ein privater Weg ist. Oder sollen die Autos da weiterfahren? Weil darum hätte ich mir vorgestellt, dass wir da einen Schranken machen. Ja. Alle Blöcke oder, oder, oder? Ich hätte aber eine lustige Idee gehabt. Was denn? Drunter sticke Pisten, ne? Ja. Und... So, so Poller, ne? Ja. Ja, kannst du auch basteln. Ja, da kommen da keine Blärme raus. So, da kommt der Baum her, 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 da kommt der Baum her. Ich will jetzt nicht überdrehen mit Baum. Wie viele sticky Pisten sollen wir machen? Warte mal kurz. Wie viele Poller? Eins. So warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da ein. Da ein. Scheiße, das ist aus. Wer macht's? Mach. Eins, zwei, drei, vier. Du müsstest nicht mehr einander haben, weil es geht ja nicht eins, 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 eins aus. Also eins mit, eins ohne, eins mit, eins ohne geht's ja nicht aus, weil es nicht sechs ist. Sechs Brat. Das heißt, sechs soll man machen, oder was? Ja, könnte man machen. Oder, oder viere. Dass man links und rechts den einen auslassen. Ja, misst du es.